Willkommen wieder zurück bei Super Mario Kart Deluxe, das letzte Mal haben wir den Grand Prix gespielt und ich habe mir gedacht, hier spielen wir den Schlachtmodus, ok was machen wir, zufällig oder in den Diebstahl oder was machen wir, ich denke das kannst du entscheiden, das war ein Spaß, ich entscheide, wir machen alle, würde ich einfach sagen, machen wir einfach alle, Ballonschlacht auf der Kampfarena, so, die Kampfarena ist voll scheiße, Ja, die Scheiße, aber wir fangen damit an, der Battlemodus von Mario Kart 8 Deluxe ist richtig gut gelungen, meiner Meinung nach, ja finde ich ja auch, ich bin kein Snob, du bist, ach, egal, was war der normale Battlemodus bei der, Ballonwettkampf auf ganz normalen Strecken, nur Ballon war es, oder, das ist echt traurig, wow, ich habe echt das schlimmste Auto genommen, es sieht sogar bescheuert aus, aber es steuert sich noch schlimmer, warum, warum habe ich das genommen, Aber die Musik hier ist geil, ich habe wortwörtlich nirgendwo eine Stärke hier, wahrscheinlich habe ich eine, aber die fällt mir nicht wirklich auf, Haftung wahrscheinlich, ja, schau mal, ich bin so groß, ich kann nicht sehen, was vor mir ist, warte, ich zerstelle dich jetzt, und zwar genau im perfekten Moment, du bist so ein Arsch, fuck, ja, hassen kann jeder, aber lieben kann sich nur niemand, ja, finde ich auch, scheiß Baby Mario, ey, wer wir einen Ballon geklaut haben, du, haha, okay, sauber, habe ich ihn überhaupt geklaut, nee, oder? Das war irgendwas anderes, ja, ah, hört auf, alle in die falsche Richtung zu fahren, als ob ich ihn nicht erwischt hab, ey, die schreie nicht, die sind hier in einem familienfreundlichen Sender, nee, die verdienen nicht mal Geld, ich kann nicht so viel schreien, wie ich will, solltest du, ah, schloch, ah, fick dich, wer war das, ah, ich muss langsam mein Ding verwenden, hey, Luigi, ein dreckiger Mann, was, jetzt, klar, danke schön, so, jetzt habe ich einen kackbraunen Ballon, schön, naja, fuck, zu spät, zu spät, zwei, Fuck, ich hatte doch einen Pilz, oh, warte, ich fick jetzt Yoshi dreimal, guck dir das mal rein, das wüsste ich hinkriegen, ich glaube nicht an dich, deswegen, Ja, ha, noch ein drittes Mal, noch ein drittes Mal, wo sind alle Leute, ich habe einen Boomerang, bitch, oh, das hat sich so uncool ergehört, ich habe einen Boomerang, bitch, ha, das hat nicht funktioniert, Das war nicht funktioniert, habe ich, kann nicht mal jemanden treffen, das wäre fucking nett, ich habe Boomerang ausgeschaltet, okay, ich habe 10 Sekunden, um noch einen zu treffen, komm schon, wo sind denn alle, als habe ich gerade niemanden getroffen, Alter, von Luigi, du dumme, zählt es nicht, als ob, ha, sieben, 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 Applaus an Anthony, high five Max, Ah, hey, als nächstes, oh, was, warum, was, ist doch egal, ich spiele Waluigi, aber diese, nein, ich spiele Lakito, ah, okay, nächstes, Räuberung, genau, ich hasse ihn, Das ist richtig witzig, was, du hast ihn, nein, aber halt, wenn zwei in einem Team sind, und der andere in einem Team, Das ist Räuberung, Gendarme, wahrscheinlich weiß, dass jeder, der diesen Kanal schaut, einer ist Roboter, einer ist Piranha-Polizei, andere ist Gendarme, und, ja, das ist selbstverständlich, also, los geht's, ach, fuck, endlich bin der Verlierer, ne, ihr habt nur drei Minuten, wahrscheinlich werden wir gewinnen, höchstwahrscheinlich werden wir gewinnen, aber wo sind denn alle, habt ihr euch wieder befreit, oder was, wirst du das, Achso, ihr seid blau, ja, ach was, alter, ich hab das vollkommen vergessen, jetzt, geht weg, ihr dreckig, Ach, geh weg, geh doch weg, Luigi ist tot, ich mag diese Musik, sie ist lustig, danke, war Luigi, tschüss, Shit, bin ich alleine? Nee, Gott sei Dank, Baby Daisy, ah, Baby Daisy, fuck you, ich fang jetzt war Luigi einfach zum zweiten Mal, weil ich Bock dazu hab, okay, fuck, ich, ich fahr hier die ganze Zeit nur im Kreis, und hoffe, dass irgendjemand mir an dem Weg wär, hat ihn schon jemand gefangen, hab ich ihn gefangen? Okay, ich bin unten, Jungs, rettet mich, nein, ich geh jetzt runter, Gott sei Dank, Alter, fucking, das ist auch unmöglich, fuck, yeah, boy, rettet mich, nein, rettet ihn nicht, Au, au, Luigi, wie geht's dir, lass ein bisschen, ein bisschen intim werden, nein, bitte nicht, da kann Luigi, der ist halt weggefahren, Luigi, du Schlampe, tu's nicht, du fucking Spaß, Komm, ich verfolge Baby Mario, haha, scheiße, okay, Luigi, bitte, scheiße, das hätte ich nicht machen sollen, Oh, Waluigi ist nur noch da, wo ist der Boy, da oben ist er, da oben ist er, rett uns, Waluigi, Versuch es nur, komm nur runter, du Stück Scheiße, ja, der schaffst, der schaffst, Nee, der ist, achso, da gibt's zwei Schalter, fuck, geilo, geilo, hat Lacky doch grad gedabbt? Nein, hat er nicht, nee, das ist einfach nur ein Salud, spiel doch Donkey Kong, der mit der Debt, Nein, doch, ich nehm dieses Auto, zur letzten Runde des Tages, ups, was tust du? Münzenjäger spielen wir nicht, weil Münzenjäger ist nur was für schwule Leute, das stimmt nicht, auch der geilsten Läpfe, die es gibt, Decapula D.K. D.K. heißt auch im Englischen, äh, wer heißt es nochmal, sich zersetzen, wenn man stirbt, zeltik in die k es auch lustig ist ein kleiner fun fact also den siegnen liebescheiß der beste es ist besser in diesem ganzen spiel jetzt wie es aussieht also das geht's ich bin auch wenn ich bin genauso groß wie der entgegen jungen der stein ist genau bei mir also schon mal nice wahrscheinlich kennen ihn alle von euch den modus ist aber nicht schlimm ja ich denke niemand kennt ihn wer hat bitte damit gespielt nein ich meine so alt auf gründer aber er ist einmal gespielt er ist ein link habe ich das ist eine warnung was der hölle wo bist du ein stück scheiße ich gewinne es ist für strömer nein tust du nicht warum scheiß affen ach fick dich du jetzt macht mal jemand was dagegen ach komm schon jetzt wirklich nein ja ich habe auch schon einmal vollstrahl geworden kann ihn jetzt mal jemand abschießen ihr seid echt alles so schweiß auch noch mal also runde zwei aber diesmal schiedet anthony nicht ich hab nicht ich hab nicht ich habe halt den maul jetzt hole ich ihn mir und dann gewinne ich für strömer ja ja dann geht's richtig los fick dich fick dich meiner meiner hier ist eine bombe dummes arschloch falter waluigi hat euch alle zusammen geknallt aber jetzt komm ich das war nicht mal waluigi das war wario ich verwechse einfach all diese dreckigen kobber kobold ich darf natürlich nicht first try gewinnen ja halt's maul wario du inkompetenter arsch hey behalte die Insignien hier für mehr als 30 halt so ab ich liebe die Musik hier das ist eigentlich die einzige Stage in der man das hier spielen sollte denn das ist immer noch die beste Musik die man dazu die man dabei haben könnte wenn ich so ein mini spiel so komm her max ich mach dich höchstpersönlich der hat eben gedeppt also falls ihr es nochmal sehen wollt aber ja schaut es euch einfach nochmal an ich will nicht Zeitlupe machen ich bin voll gelangweilt wenn ich das schneide habe ich bestimmt schon die Eier voll schnauze voll was ist scheiße und ich gewinne wo sind die Runden wo es einfach Ewigkeiten dauert ja genau das ist eigentlich oh scheiße das wird jetzt auch mal spannend ich weiß mit dem Rückwärtsgang rein oder hat ihn schon jemand achso okay ups aber sowas von meiner nein ja ich has den Stern achso du hast ihn nicht mal erwischt scheiße ist aber weak du bist weak Junge weak Junge ich bin weak Junge scheiße Wario gewinnt jetzt oh doch nicht der ist frei er ist free for everyone grabs warum wieder Wario gib ihm doch mal jemanden neuen das ist ja voll scheiße nein ach man das ist ja voll scheiße nicht Wario oh man das war fucking langweilig heute habe ich gehörten oder Max ich habe einmal gewonnen du hast einmal gewonnen und das eine ja dann müssen wir so nochmal entscheiden ach okay also das wird jetzt hoffentlich eine spannende Runde die letzten zwei Runden habt ihr wahrscheinlich nur für fünf Sekunden gesehen jetzt geht es aber richtig los uuuuuh natürlich ist er wieder genau bei dir scheiße Mettel Mario oh das ist aber schade halt dein Mundi Mundi das ist aber sehr männlich entzündig dafür bin ich geklappt wo ist der aha alter natürlich ach warst du das nein war ich nicht entzündig fick dich fick du dich hey halt's mal warum gibt's hier keinen Blitz gibt's doch oder ne doch ach shit jetzt Leute ich brauch den ich brauch das in meinem Leben ach manometer shit jetzt hab ich kein item ah fuck wo bin ich aha okay da ach shit er ist nervig du bist nervig auf was hast du die Coms gestellt eigentlich äh nochmal hier nimm das Baby Dick natürlich schmeißt du die rote den roten Panzer genau gerade aus dafür ist ja der rote Panzer da jetzt musst du scheißen Siegne ich dreh gleich durch wenn Mario nochmal gewinnt ich schreie oh hast du das gesehen ich werde schreien Martin tot schön für dich tot aber jetzt muss ich dich erschießen mit meiner einzelnen blauen grüne scheiße ich bin Farben drin okay komm her du Pisser hey aha wieso bin ich so langsam nimm das du Bitch kann sein dass man mit der Sonne langsam ist nein du bist einfach nicht schnell fuck haha ja ich bin der Affenmann tu das was fick doch nein ach man jetzt benutzt doch den Scheißdreck ich erschieß euch alle so frisst du mich weil ich dich hasse warum ich meine oh ah ja ich hab's gewusst Garter ich hab ihn doch Gra spider Acht warum immer Wario was soll ich der Weiß getroffen der Täter 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 verpiss ich meine ich die rote Korte finden Herzlichen Glückwunsch aus dem Weg Herrmann früher nicht dreier Bananen zu mir die doch aber dann nicht mehr wahrscheinlich weil sie nicht als Schutzschiff gedient haben doch natürlich er wird da nicht so dass man da nicht andere schlagen okay es soll ich ihn mir jetzt soll ich mich in der Ort sauber ja ich habe ich habe ich habe ich noch mal Gott oh mein Gott soll ich bin jetzt a ja viel Glück damit warum fährt der so scheiße alter ich drehe durch warum dauert der Stern so kurz warum gewinnt Anthony gewinnt Anthony gewinnt Maxi was sagst du dazu halt die Fresse hör doch auf oh mein Gott 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 ich bin mir da der Aggression ich bin mir da